Okay, geh ab, Mann. Kann ich abgehen? Hast du schon getrimmt? Für jeden Mann, die ganze Zeit schon. Mach erst mal eine Begrüßung. Bist du gut, ihr? Hi da draußen, ich bin's, euer Strong. Etwas verpeilt unterwegs, aber jetzt kann ich euch wieder mal coachen. Und zwar, ihr seht, ich habe die kurze 1 Stunde in der Hand und ich gebe sie so schnell nicht mehr her. Ja, ich zeige euch heute eine meiner Lieblingsübungen und zwar Armutpress. Ist eine Übung für die Schulter und ich liebe sie so sehr, weil sie einfach komplett die komplette Schultermuskulatur mitnimmt. Auch ein bisschen im Nackenbereich mit reingeht und wenn man die einigermaßen sauber macht, dann fetzt die richtig gut rein. Und dazu empfehle ich euch, hinsitzen. Ich werde mich jetzt ein bisschen hier an der Rand anlegen, falls ihr so ein bisschen Stuhl habt oder was auch immer, könnt ihr das genauso tun. Einfach, dass der Rücken so ein bisschen unterstützt ist. Oder im Studio die Bank nehmen. Oder im Studio die Bank nehmen und die Lene hochstellen. Das könnt ihr alle. Das wäre dann mega Komfort praktisch. Ja, das ist halt für die ganz Reichen, die sich mit der Studie leisten können. Wir haben halt nur einen Klotz. Okay, und ich starte einfach mal mit der Übung. Und zwar Kurzhantel schnappen und ihr startet einmal mit den Ellbogen eng am Körper. Die Kurzhantel können wir unten rühren lassen, unterhalb vom Kinn. Das ist, ich sag mal, Schlauchposition ist, als ob ich ein richtig schönes, großes Wurstbrot esse. Und mit der Ausatmung gehe ich erstmal hier seitlich raus. Ich öffne erstmal erstmal den Winkel. Ellbogen gehen raus. Und ich führe jetzt die Kurzhantel über dem Kopf zusammen. Beim Einatmen wie genau das gleiche Spiegel. Ich lasse nach unten ab. Am Anfang kann man das noch super machen, wenn man viel Kraft hat. Hier gar nicht ganz nach unten gehen, sondern ungefähr bis Schulterhöhe. Dann rein, dann habe ich viel mehr Spannung in der Schulter selber. Treffe mich mit den Kurzhantel wieder hier. Und mit der Ausatmung erstmal wieder zur Seite raus. Und dann fange ich an, die Kurzhantel zu drehen, über den Kopf zusammenbringen. Ihr könnt auch leicht nach vorne gehen. Am einfachsten ist immer, wenn ihr den Spiegel habt. Wenn ihr in den Spiegel reinschauen könnt, weil dann könnt ihr sehen, okay, haue ich mir das Ding jetzt gleich auf die Birne. Oder habe ich es noch einigermaßen mit Grip an sich. Ich mache die Bewegung nochmal. Versuchst du noch ein schönes Saugel vor euch vorzuzeigen. Ausatmen, rauf. Einatmen. Ellbogen eng an den Körper ran. Und wieder. Nächste Wiederholung. Rauf. Das gefällt dir, wa? Das macht mir richtig Spaß. Ich merke es auch schon, wie ich mit der Schulter. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was. Ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsübungen. Ich kann euch nur weiterempfehlen, wenn ihr kurzerhanden zu Hause habt. Dann müsst ihr die eigentlich machen. Es ist eine Schandtate, es nicht zu tun. Ich hoffe, ihr könnt richtig gut abgehen mit der Übung. Bitte abonniert uns. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye, bye.